HiFi Setup Tours, die Folge 17, los geht's! Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Wieder eine neue Folge HiFi Setup Tours und wie versprochen, ich versuche Gas zu geben, bin aber trotzdem immer noch hinterher, aktuell bei Einsendungen von August letzten Jahres. Wir steigen direkt ein in das erste Setup. Das erste Setup kommt von Andreas. Und wir schauen hier rein, auf den ersten Blick fällt mir hier direkt was auf, dazu gleich mehr. Andreas, grüße, hier nochmal ein Video von mir auf dem Fernseher laufen, cool, vielen Dank. Wir kommen mal zu seinem Setup. Der Plattenspieler, das ist ein Acoustic Solid 110 Metal, oder Metall, DE, mit angepasstem Rega-Tonarm und einem Rega Ania MC Tonabnehmer. Den Verstärker, den wir sehen, das ist ein Oncure A9030. Und er schreibt, als Interimslösung wird bald abgelöst durch den Marantz PM8006. Ah ja, schau mal, den Marantz PM8006, den hatte ich auch mal. Kein schlechtes Gesamtpaket. Eine vernünftige Phono mit drin, ja, warum nicht? Aktuell in Kombination mit dem Oncure benutzt er noch einen Vorverstärker, einen Phono-Vorverstärker, die wohlbekannte Project Tubebox S2. Die Standlautsprecher, das sind Canton Crono 509.2 DC. Und er sagt, die werden bei Gelegenheit durch DALI Oberon 9 ausgetauscht. Okay, Andreas schreibt uns also seine Upgrade-Pläne schon gleich mit in die Beschreibung mit rein. Lautsprecherkabel hat er, HiFi Lux LS B-Wiring-Kabel. Und ich habe mich schon gefragt, aber ich dachte mir schon, dass es eine Waschmaschine ist hier. Was das ist, von VPI, die Plattenwaschmaschine HW16.5 aus den USA. Er schreibt, das ist ein puristisches und einfaches Phono-Setup, was er hier hat. Und er ist soweit ganz zufrieden, hat einen breit gefächerten Musikgeschmack, schreibt er. Hardcore, Punk, Proc, Blues, Jazz, alles dabei. Sehr gut, ja, so ist es ja bei mir im Prinzip auch. Und er schreibt noch für seine Töchter natürlich Europa-Hörspiele der 70er und 80er Jahre. Sehr cool. Na ja, da muss ich mich auch mal noch damit beschäftigen. Das ist eigentlich auch cool, sich so alte Hörspiel-Vinyls zu holen, finde ich schon. Ja, schönes Setup. Aber ganz klar, was mir hier natürlich auffällt, was du natürlich, Andreas, mit Sicherheit auch schon weißt, ist von der Aufstellung her ist natürlich nicht alles optimal, aber es wird natürlich dir so gehen wie so vielen. Man ist natürlich räumlich etwas gebunden an die Möglichkeiten, die man zu Hause bei sich hat. Hier ist das Ganze natürlich etwas, ja, der rechte Standlautsprecher im unteren Bereich schon so gegen die Couch. Ja, keine Ahnung, ob ich mich hier sogar für einen Zwei-Wege-Lautsprecher entscheiden würde, den ich noch ein bisschen weiter vorhole, wenn es denn gar nicht anders geht. Aber ja, es ist eben so und das Wichtigste ist, dass du den Spaß beim Hören hast. Übrigens finde ich, dass dieser Tonabnehmer, der Rega Ania MC, ganz schön cool aussieht. Wenn wir uns den mal gerade nochmal anschauen, so von der Form her, irgendwie mit dem Offenen da unten, da gibt es noch ein paar andere, die das so machen, also hat irgendwie, das wirkt sehr hochwertig dadurch, finde ich, ja. Cool, Andreas, vielen Dank für deine Einsendung. Und das nächste Setup für heute kommt von Erk. Erk ist aus Schleswig-Holstein und er hat mir hier sein tolles Setup geschickt. Seid gespannt. Er hat mir hier auch sehr ausführlich in einem PDF sein Setup beschrieben mit viel Text. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich klarkomme. Nochmal kurz als Information. Wenn ihr mir euer Setup schickt, gerne an info.soundandgroves.de. Freue ich mich mega drüber. Ein paar schöne Bilder. Schreibt mir ruhig auch gerne Text. Ich lese das dann wirklich gerne, wenn es soweit ist. Aber wenn es um die Beschreibung eurer Komponenten geht, schreibt mir das doch bitte kompakt in einer Übersicht einfach nur die Gerätenamen, damit ich das nicht so im Text hier so viel raussuchen muss, wenn ich das Video mache. Also schaut mal da. Das ist doch mal was fürs Auge, finde ich. Da geht einiges bei dem Erk. Und was wir hier sehen, das ist ein Vorverstärker aus China. Eine Röhre, der Dodge 8 Clarity. Er schreibt noch, falls jemand Ähnlichkeiten zu deutlich teureren Lua-Geräten feststellt, das dürfte kein Zufall sein. Aha. Seine hybride Endstufe stammt aus Frankreich und heißt Audio Aero Capitole Trans Truck und ist per XLR mit der Vorstufe verbunden. Er schreibt seine Lautsprecher, die wir hier sehen. Er schreibt, die hat er seit vielen Jahren und findet sie unfassbar gut. Das sind B&W Signature 30, natürlich aus England. Er sagt, er hat auch schon andere ausprobiert, aber er landet immer wieder bei seinen Signature 30. Und das ist doch cool und das hat er mir unten auch nochmal reingeschrieben. So soll es doch sein. Klar ist auch der Weg das Ziel und macht Spaß auszuprobieren. Aber irgendwann will man natürlich ja auch ankommen und umso besser, wenn man einfach was gefunden hat, wo man sagt, nee, das gebe ich so nicht mehr her. Ich finde auch, dass diese Lautsprecher einen wirklich coolen Look haben. Ich weiß gar nicht, kann sie mir gerne nochmal drunter schreiben oder jemand anderes, ob dieser Schutz, hier diese Bügel drumherum, ob das serienmäßig ist oder ob das hier nachträglich angebracht wurde. Unterstützt werden die B&Ws von einem US-Subwoofer. Das ist SVS SB12. Ja, ist mir bekannt, die Firma SVS machen solide Subwoofer. Den hat er hier im Einsatz. Er schreibt, seine digitalen Zuspieler spielen nur eine Nebenrolle, weil er nahezu ausschließlich Vinyl hört. Aber er hat noch Tidal, um Neuerscheinungen reinzuhören und das macht er mit dem Bluesound Note 2. Er hat auch noch als CD-Player den Project, die Project CD-Box S im Einsatz. Die digitalen Signale gehen über den italienischen DA-Wandler, den Gold Note Deck 7. Und jetzt zu seinem Blattenspieler. Das ist einmal der Lenko L75 als Totalumbau. Als Tonarm hat er einen japanischen Tonarm, den Yelko SA250ST. Und ebenfalls als Tonabnehmer hat er einen MC-Tonabnehmer, das Denon DL103. Das, was vielen von euch bekannt ist, ein, ich habe es leider immer noch nicht testen können. Ist mir noch keins zugeflogen, aber soweit ich weiß und man hört es immer wieder, ein absoluter Preis-Leistungs-Knaller. Dieses DL103 ist bei ihm übrigens in ein Alugehäuse eingebaut. Das Ganze geht dann über den Denon AU320 zur Übertragung und in die interne Röhren-Pri des Dodge. In der Mitte, da sehen wir noch den anderen Plattenspieler, den Transrotor ZET oder Z1. Als Tonarm sehen wir darauf den SME 3012 und mit dem MC-System Autophon SPU Gold. Das Ganze läuft dann über die Verstärkung des legendären, wie er schreibt, Phono-Moped von Innovativ Audio. Rechts sehen wir noch einen Tonarm, den Micro Psyche MA505 und darauf hat er ebenfalls ein MC-System, das Benz Micro Referenz 2. Und der Benz, der wird verstärkt von der Phono Pre Cyrus Phono Signature, der theoretisch Signale von insgesamt vier Tonabnehmern entgegennehmen könnte. Wow, ja Wahnsinn. Das ist ja schon ungewöhnlich. Ich meine, eins oder zwei, ja, aber vier ist schon nicht schlecht. So, das war es aber noch nicht. Wir sehen rechts noch einen japanischen Klassiker, den Technics SP-15. Er schreibt, das ist aktuell sein Lieblingsspielzeug. Drauf ein Jelko SA750LB und darauf hat er ein MI-System, das AS Fidelis. Und am Tonarm Jelko SA250, er schreibt, der ist gelabelt als Transrotor, spielt ein MC-System, das Autophon Nummer 2. Beide werden verstärkt von der oben genannten Cyrus Pre. Ja, also, dass hier, Erk, bei dir die Vinylwiedergabe im Fokus steht, da hat wohl keiner Zweifel dran. Ich meine, wer drei Dreher hier stehen hat, und da merke ich schon an deiner Beschreibung die Leidenschaft für die Schallplatte, finde ich super spannend und bin ganz ehrlich, das war jetzt richtig viel mit den Tonabnehmern und mit den Tonarmen. Da komme ich ja fast nicht mit. Spannend. Netzteile hat er noch im Einsatz von Dr. Fuß, die sind uns ja auch bekannt. Und wir sehen auch hier seine doch schon recht große Sammlung. Auch die ist sehr beeindruckend, wie ich finde. Oben drauf hier ein paar schöne Box-Sets. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Hier wäre es auch mal spannend, hier die ganzen unterschiedlichen Plattenspieler mit den unterschiedlichen Tonarmen und Tonabnehmern mal im Vergleich zu hören. Also, das ist schon stark. Das Einzige, was ich vielleicht sagen würde, also für meinen persönlichen Geschmack rein optisch, wäre irgendwie ein hohes, vierstöckiges, ganz breites Rack, so als eine Einheit für mich geschmacklich da besser, wie diese verschiedenen Ebenen da links und rechts angebaut. Aber das ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Vielleicht findest du das ja auch genauso cool, wie es ist. Super, echt spannend. Vielen Dank, Erk. Und das nächste Setup für heute kommt von Bernd aus Duisburg. Und wir schauen mal bei Bernd rein. Auch mal wieder spannend. Bin mal gespannt. Und der Plattenspieler, das ist ein Project Esprit Carbon mit Audio-Technica VM95SH-Tonabnehmer-System. Als Verstärker sehen wir den AudioLab 6000A. Ebenfalls von AudioLab hat er den CD-Player CDT-CD. Dann geht's von der Project in die Trigon Vanguard 2 Phono Preamp. Den Lautsprecher, den wir hier sehen, in weiß, das ist ein Audio-Physic Classic 5. Seine Anlagenverkabelung kommt von Supra Cables. Die Lautsprecherkabel sind von Sommer. Na, wieder Sommer. Er schreibt, er hat ein kleines Wohnzimmer von nur knapp 20 Quadratmetern. Dafür reicht die Auslegung meines Equipments vollkommen aus. Er spielt herrlich transparent und macht sich bei kleinen Lautstärken, macht auch bei kleinen Lautstärken ganz viel Spaß. Ja, super. So soll das sein. Schade, dass du jetzt kein Foto von der kompletten Anlage, wo man beide Lautsprecher sieht, geschickt hast. Ich vermute aber mal, wenn ich mir so angucke, wie die Kabel hier hinter dem Lautsprecher verlaufen, dass der andere Lautsprecher dann, wenn dieser Lautsprecher links steht, dann weiter rechts steht und du die Anlage links seitlich stehen hast. Das macht wahrscheinlich Sinn. Auch interessant hier dein Reck, nenne ich es mal. Aber ich vermute mal, kannst du gerne noch mal drunter schreiben, dass das einzelne Ebenen sind, die du an der Wand verschraubt hast. Kann das sein? Finde ich auch nicht schlecht. Würde mir jetzt mit Holzauflagen anstatt dem Glas besser gefallen. Aber ansonsten auch mal ganz witzig. Bernd, du kannst auch gerne mal noch drunter schreiben, ob du die Geräte so schräg rein aus optischen Gründen angebracht hast, weil dir das gefällt. Oder ob du das gemacht hast, dass das so ein bisschen weiter von dem Lautsprecher entfernt ist. Das würde mich mal interessieren. Ansonsten, die zwei Audiolab-Geräte da passen natürlich wunderbar zusammen. Ich finde es ja, also 100% mein Geschmack sind die Audiolab-Geräte nicht. Aber ich verstehe schon, warum die vielen Leuten gut gefallen, weil es ist ein total modernes und trotzdem schlichtes, schlankes Design. Das hat schon was. Super, vielen Dank Bernd und weiterhin viel Spaß beim Musikhören. Wir kommen zu Setup Nummer 4 für heute und das kommt von Mario. Und wir schauen mal bei Mario rein. Schick, finde ich. Wieder bekannte Komponenten, die wir hier sehen. Oder zumindest eine. Auch dir nochmal Grüße für mein Video hinten auf dem Fernseher. Wir beginnen mit den Geräten. Was sehen wir? Ein Dual 1246 mit einem Tonabnehmer, der mir auch sehr gut bekannt ist, dem Nakaoka MP200. Und den hatte ich auch schon mal. Und war, finde ich, immer ein Preis-Leistungsschlager. Ist es immer noch, sind aber auch teurer geworden leider. Aber wirklich eine gute Bank als MM-Tonabnehmer-System. Auch der MP110 im Einstiegsbereich. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Als Phono Pre haben wir Akito Phono 1 Plus. Als Vollverstärker hat er IOTAV-X SA3 und Endstufe IOTAV-X PA3. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche hier, die Geräte. Aber ich glaube, einmal hatten wir auch schon mal was von diesem Hersteller. Ähnlich schlank und schlicht wie Audiolab. Sehr interessant. Muss ich mich mal noch mehr damit beschäftigen. Fällt mir jetzt gerade noch mal auf, dass ich das schon mal wollte. Ja, Lautsprecher. Das sind unsere wohlbekannten Waffle Day Linton 85 Heritage. Ein Lautsprecher, der nach wie vor ein Megapreis-Leistungsverhältnis hat, wie ich finde. Du hast sie hier relativ nah an der Wand, wie ich finde. Für mich müssten sie wahrscheinlich noch mal in Tücken vor. Aber wenn es für dich so den besten Klang hat, dann natürlich so. Als CD-Player, ein Streamer, hat er auch noch von IOTAV-X, wahrscheinlich spricht man es nicht so aus, NP3. Er schreibt, er hört hauptsächlich Schrammelmusik, Punkrock, Hardcore, Oldschool-Hip-Hop, Alternative-Rock. Ja, der Richtung bin ich ja auch teilweise unterwegs, kann ich gut verstehen. Und er schreibt auch noch, der Mario, er versucht schon seit einigen Jahren den Fuß in den Chest zu bekommen. Und er hat auch schon einige Einsteigerplatten, die üblich Verdächtigen, zu Hause. Aber er hat es irgendwie immer noch nicht richtig geschafft. Ich kenne das, Mario. Und vielleicht ist auch Jazz am Ende nichts für dich. Aber manchmal kommt dann so eine Platte um die Ecke und irgendwie legt das so einen Schalter um und dann eröffnet es einem neue Welten. Aber erzwingen kann man es natürlich nicht. Mario, ich finde das cool, dein Setup. Mir gefällt auch dieses, ich nenne es mal Sideboard-Rack, das du da hast, wo du noch deine CDs und oben Schallplatten drin zum Blättern hast. Finde ich super cool und dekorativ. Passt natürlich hier bei dir gut rein. Auch mit den Warford-Dales. Warford-Dales mag ich total. Das Erste, was mir aufgefallen ist und was bei mir direkt, da würde ich gleich losfahren, noch in ein Möbelhaus und mir einen richtig schönen, großen Teppich kaufen, den ich hier vor dem Fernseher, vor den Lautsprechern unter den Tisch auch auf die Fliesen lege. Ich weiß nicht, wie der Rest vom Raum hinten aussieht, aber ich glaube, das könnte erstens mal natürlich sehr, sehr gut sein für deine Akustik und zweitens würde ich das optisch auch ganz schick finden, glaube ich, wenn da ein schöner Teppich liegen würde. Aber vielleicht hast du deine Gründe, warum du keinen hast. Mario Kuhl, vielen Dank für deine Einsendung. So, das fünfte Setup, aber für heute nicht letzte Setup, kommt von Joachim. Und schaut mal bei Joachim rein. Ja, da ist viel Holz und die Lautsprecher, die kommen uns natürlich hier brachial entgegen. Ich bin schon gespannt. Wir fangen aber an bei dem Plattenspieler. Das ist ein Bauer DPS 3 in der letzten, beziehungsweise dann größten Ausbaustufe. Als Tonarm haben wir den Bauer DPS Tonarm und als Tonabnehmer hat er ein Lyra Aetna Lambda. Schickes Gerät, muss ich wirklich sagen, dieser Bauer Plattenspieler. Diese Kombination mit Holz, hier schwarz und dann im Acrylteller, irgendwie eine Mischung zwischen Vintage und Moderne rein optisch so, finde ich stark. Als Phono-Stufe haben wir die Viva Audio Phono. Röhren bestückt mit externem Netzteil. Als Vorstufe Robert Koda Takumi K10 MK2. Das sagt mir mal wieder gar nichts, Robert Koda Takumi. Sagen wahrscheinlich einige wieder, hä, wieso kennst du das nicht? Werde ich mich schlau machen, wenn ich dran denke. Aber bei denen eine Masse von Geräten, da fällt halt einfach mal das ein oder andere hinten runter. Als SACD-Spieler hat er den Akkufase DP560 im Einsatz. Und jetzt kommen wir zu den brachialen Aktiv-Lautsprechern, die er hier stehen hat. Es handelt sich dabei natürlich um Backes und Müller, die BM-Line 25. Und ja, Hammer. Also ich finde das richtig krass. Also das sind wirklich coole Dinger. Mir gefällt das auch, diese schwarzen, matten, modernen Fronten-Kombinationen mit dem Holz. Ich mag das ja total. Ehrlich gesagt wäre mir jetzt hier alles in allem ein bisschen viel Holz. Damit meine ich jetzt hauptsächlich den Boden. Ich mag es am Möbel, ich mag es am Rack, ich mag es am Lautsprecher. Dann müsste es vom Boden her optisch für mich ein Kontrast sein. Vielleicht hier auch ein schöner großer schwarzer Teppich oder sowas. Keine Ahnung. Aber ansonsten wirklich beeindruckend. Ansonsten, die Verkabelung kommt bei ihm von Audience, eine Netzleiste von SIN. Der hat noch Dämpfungsfüße unter den Lautsprechern, Aira Audio Labs. Und das Rack ist von Willibald Bauer und nennt sich das Regal. Als Plattenwaschmaschine hat er eine Loricraft PRC3 im Einsatz. Ja, Joachim, super. Sehr individuelles Setup, das du hier auch hast. Mal wieder absolut nichts von der Stange. Hier gibt es wirklich wieder einiges für mich zu entdecken. Und ja, ich habe es schon mal gesagt. Backes und Müller, spannend. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen verbunden, weil die sind auch aus dem Saarland, genau wie ich. Und ich muss da mal gucken, dass ich da mal irgendwie vorbeifahre. Da würde ich gerne mal was Cooles machen mit denen. Vielen Dank für deine Einsendung, Joachim. So, und als Highlight, letztes Setup für heute. Wobei, waren einige Highlights dabei. Jetzt, das davor war eigentlich auch schon ein Highlight. Aber ich sage es mal so, ein Highlight noch zum Abschluss. Und zwar kommt das Setup von Max. Und den Max, den kenne ich von Instagram. Er hat einen coolen Account. Und wir schreiben uns da schon längere Zeit über dies und das, über das gemeinsame Hobby. Wer sich das mal anschauen will, der Max heißt auf Instagram rghmds. Ist ein toller Account. Und schaut euch bitte mal dieses Setup an. Also, da verschlägt es mir eigentlich regelmäßig die Sprache. Vor allem ist das nicht nur Hi-Fi, sondern das ist auch irgendwie schönes Wohnen kombiniert. Also, das ist so liebevoll und schön gemacht. Ich meine, das Auge hört ja auch mit. Ich finde es absolut fantastisch. So, was sehen wir denn hier? Als Plattenspieler hat der Max ein Kusma Stabi SD12D12. 2x12-13 Zoll Tonarmbasen. Als Tonarm drauf Stogi Reference 313, 13 Zoll. Mit Kondo Silberverkabelung. Als Netzteil Kusma Reference Power Supply. Und als Tonabnehmer hat er drauf den Timber Master 3 High Output. So, und jetzt fragen wir uns alle, vielleicht kannte sie schon der ein oder andere. Was sind das für tolle Lautsprecher? Es handelt sich hier um Trenner und Friedel Faro oder Faroa. In Iced Oak steirische Eiche Echtholzfurnier gewachst. Kurz noch zu den technischen Daten. Das sind 10 Zoll Paper Koaxialtreiber. Frequenzbereich 35 Hertz. Wirkungsgrad 94 dB. Impedanz von 8 Ohm. Das Hochtonhorn ist im Mittel- und Tieftöner integriert. Ja, echt was Besonderes finde ich der Lautsprecher. Und er schreibt auch noch dazu, die Aufstellung ist unkritisch, auch wandnah. Als Phono Verstärker hat er im Einsatz den, ja, von der Optik her die Geräte. Da weiß eigentlich jeder, der sich ein bisschen auskennt, Bescheid, was wir hier haben. Das ist ein Leben RS30 EQ. Von der Röhrenbestückung hat er einmal General Electric JAN 6X5 GT und zweimal General Electric JAN 12 AT17. Er schreibt Verstärkungsgrad Phono 23,5 dB. Er schreibt noch, mittlerweile mit Philips Silvsaner Nossröhren bestückt. Mucksmäuschen still, schreibt er. Als Vollverstärker sehen wir aus dem gleichen Hause den Leben CS600X. Der hat zweimal 28 bzw. 32 Watt. Röhrenbestückung, Ausgangsstufe hier 6CA7 EL34, 655A, KT66, KT77, KT88 oder 300B Abwerk SL6GC. Aktuell verwende ich EI34 Vorstufen und Gleichrichter sind schon auf Noss umgerüstet. Also, habe ich jetzt hier mal die Zahlen um die Ohren gehauen, aber das sind für mich wirklich noch böhmische Dörfer hier. Was Röhre angeht, keine Ahnung, aber ja, auch für mich spannend. Als Stromfilter, den man nicht sieht, hat er von Transparent Power Supply, Lautsprecherkabel, Transparent Music Wave Plus und Kinch Kabel auch von Transparent. Übrigens hat Max mir hier noch was nachgeschickt und was ihr hier seht unter den Geräten, diese, ich sag mal Basen, jetzt noch zwischen Schieferplatte und Geräten, das sind Stillpoints, nennt sich das Ganze. Und ja, er hat zu mir auch gesagt und ich weiß es, für viele ist das natürlich auch wieder Voodoo, soll bitte jeder selbst entscheiden oder ausprobieren. Er sagt, dass der Unterschied, den das gemacht hat, diese Stillpoints unter den Verstärker und die Phonostufe zu setzen, wäre für ihn der absolute Wahnsinn gewesen und fast so wie ein Tonabnehmer-Upgrade. Also das ist schon eine heftige Aussage, Max, ich kaufe dir das mal ab. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal zu dir, denn dieses wunderschöne Setup würde ich wirklich sehr, sehr gerne mal hören. Ja, das Ganze ist liebevoll und wirkt eigentlich alles wie aus einem, ja, keine Ahnung, Modern Living Magazin. Ich finde es ganz toll und kann nur sagen, vielen Dank für die schönen Bilder und deine Einsendung, Max. Ja, das war einiges für heute, muss ich sagen, aber auch mega spannend, das macht nach wie vor immer noch mega Spaß. Schickt mir bitte weiter eure Setups, ich versuche es ja jetzt mal monatlich zu machen, dass ich da auch mal ein bisschen aufhole gegenüber den Einsendungen, dass das nicht immer so ewig dauert, bis ihr dran kommt. Und ansonsten schaut gerne noch ein paar alte Folgen von den Highway Setups von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, dann.